Hubertri Ziegli moderiert Schlager sucht Lieb neuer Moderationsjob Beatri Ziegli hat einen neuen Job als Moderatorin In der RTL Kuppels Hubertri Ziegli sucht Lieb sucht der Schweizer Sonnenschein nach den richtigen Partnern für Schlagersänger und Sängerinnen Bild wird geladen Copyright Anita Bresser schrägstrich Universal Music Beatri Ziegli moderiert bald wieder Facebook Twitter E-Mail WhatsApp Schlagerparty Ampag mit vielen Schlagerstars Beatri Ziegli, Fantasie, DJC, Kerstin Roth und viele Schlagerstars mehr treten beim Festival Schlagerparty Ampag vor der Kulisse des Punkt Beatri Ziegli ist schon seit geraumer Weile auf der Suche nach dem Mann fürs Leben Jetzt hilft sie anderen Singles bei der Suche nach dem richtigen Partner Und diese Singles haben eines gemeinsam, sie sind allesamt Schlagersänger und Sängerinnen Schlager sucht Lieb heißt die neue Doku-Sau ab Am 30. See 2018 starten die Dreharbeiten Noch können sich interessierte Singles bewerben Punkt Ich freue mich auf das neue Liebesabenteuer auf RTL als Moderatorin Sagte Beatriz Ziegli zu ihrem neuen Engagement Die pfiffige Pfeffikonerin bringt bereits Moderationserfahrungen aus ihrer ARD-Samstagabendsendung Die große Show der Träume mit Allerdings wurde die Show bereits nach zwei Folgen abgesetzt Beatriz Ziegli skuppelt so mit ganz viel Schlager Und das sind die von Beatriz Ziegli betreuten Schlager Singles Andreas Rubitzki, auch bekannt als Andi von Neon, sucht eine Kumpeline Der 39-jährige Pop-Schlagersänger aus dem Ruhrgebiet steht auf Offenheit und Toleranz Als unbeirrbarer Optimist lebt er nach dem Motto Vieles kommt so, wie es kommen soll Boliva Frank ist Schlagersänger aus Göttingen Und sucht in der neuen RTL-Doku-Sau ab seine Traumfrau Er möchte nicht länger allein durchs Leben gehen Goblond Top-Braun, ich liebe alle Frauen, sagt er Denny Schulze alias Denny Fabian ist Pop-Schlagersänger aus Thüringen Der 35-Jährige sucht eine verständnisvolle Frau Sie sollte auf jeden Fall seinen Beruf akzeptieren Harmonie ist bei ihm oberstes Gebot Gerda Gabriel ist 62 Jahre alt Und volkstümliche Schlagersängerin aus Thüringen Sie wünscht sich einen unternehmungslustigen Mann Außerdem sollte er romantisch und musikbegeistert sein Helmut Schierz alias Hütten Helmut ist volkstümlicher Pop- und Pate-Schlagersänger aus dem Berchtesgadener Land Der sanfte Alpenrucker sucht eine Frau zum Pferdestehlen bei Schlagersucht Liebe Pate-Schlagersängerin Marion Möhlich alias Marie aus dem Westerwald sucht ihren persönlichen Fels in der Brandung Geht nicht geht's nicht ist Maries Motto, auch in Sachen Männern Team Bibelhausen alias Team Tupé aus dem Rheinland möchte sich endlich wieder richtig verlieben Die kölsche Frohnatur wünscht sich eine Partnerin, die mit beiden Beinen fest im Leben steht Thomas Riese von Mion aus dem Ruhrgebiet ist immer gut gelaunt Da er nicht der Macho-Typ ist, braucht er immer eine gewisse Aufwärmphase, wenn es ums Flirten geht Von seiner Partnerin erwartet Tom Treue und Ehrlichkeit Wann Schlagersucht Liebe mit Beatrice Egli zum ersten Mal ausgestreit wird, ist noch nicht bekannt gemacht worden Schlagerplanet hält euch auf dem Laufenden Geeignete Schlagerkandidaten Kandidaten können sich hier bei RTL bewerben Beatrice Egli Freund oder Single Hat Beatrice Egli einen Freund Oder ist die pfiffige Pfeffikonerin immer noch Single Das ist ein Dauerthema, dem sich die Sängerin immer.patrickkolmerfahrzebooktwitter-E-Mail-Watz